Hallo liebe Moto-Fans, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Sabblesaurus, eurem deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen hochgestochen, aber Ziele muss man haben und außerdem stimmt ja verdammt nochmal. Nein, natürlich nur mit einem Scherz. Heute haben wir ein ganz besonderes Unboxing, das habe ich schon immer mal wieder gesagt, aber es ist besonders für mich ein ganz besonderes Unboxing, denn nicht nur, dass wir die erste quasi deutsche Figur oder sagen wir mal durch Deutschland, durch die deutschen Hörspiele inspirierte Figur von Mondo auspacken werden, nämlich den Anti-Eternia-He-Man, uns eher bekannt als Anti-He-Man. Nein, es ist außerdem auch ein Geburtstagsgeschenk und das ist natürlich schon richtig hammer geiles Geburtstagsgeschenk. Da geht ein Gruß raus an alle. Ihr seid die Besten, die das hier möglich gemacht haben, insbesondere natürlich meiner lieben Frau. Bei den anderen weiß ich nicht, ob sie genannt werden möchten und aus Diskretion, ich habe nicht nachgefragt, werden wir das auch jetzt nicht erwähnen. So, ja, ihr seht schon, wir sind ready, können anfangen. Das tun wir auch gleich mal. Hier ist die Box. Und was würde Anti-He-Man jetzt singen? I'm living in a box. Living in a careful box. Und ja, ich weiß, ich kann nicht singen, verdammt nochmal. Mensch. Ja, also, nicht nur, dass es sich hier quasi um eine deutsche Figur handelt, sondern, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch der Designer bzw. Künstler von diesem Artwork hier ein Deutscher, nämlich Florian Bertmar. Da geht eine ein schöner Gruß an ihn heraus. Wir haben hier vorne nicht nur Anti-He-Man, sondern wir haben auch hier Hellskull, das sogenannte Hölle-Grayskull, natürlich im Hörspiel so genannt. Aber das Ganze geht jetzt durch als Hellskull, Castle Hellskull, inspiriert hier das Ganze durch das Design von Simon Eckert. Ja, also, er hat es also mit seinen Sachen jetzt auch auf die Mondoverpackung geschafft. Wir sehen natürlich auch hier hinten einen Aufgang. Wahrscheinlich geht es hier zum Tor nach Eternia. Zumindest sieht es so aus. Also, ein wirklicher Höllenplanet. Das sieht schon wirklich stark aus. Anti-He-Man steht hier auf sowas, das sieht so ein bisschen aus wie die Maulbrücke von Castle Greyskull. Vielleicht sind es auch nur irgendwelche Knochen. Kann man hier so schwer sagen. Aber wir sehen hier überall Rauch. Wir sehen Feuer. Wir sehen Lava überall. Also, ein wirklicher Höllenplanet. Ja, und genau das ist Anti-Eternia natürlich auch. So, auf der Seite steht nochmal Anti-Eternia He-Man. Es ist eine Deluxe-Figur. Hier hinten sehen wir dann das ganz normale Tor von Castle Greyskull. Und wir haben hier natürlich auch eine Biografie. Ja, und die ist im Grunde genommen da anzusiedeln, wo wir es eigentlich herkennen. Nämlich aus dem Hörspiel, dass Skeletor das Tor nach Anti-Eternia geschaffen hat, um Anti-Eternia He-Man rüberzuholen. Der kam. Und wir kennen den Rest. Hier haben sich Man-at-Arms und Skeletor zusammengetan und haben dann den Weltenwandler zerstört, bevor He-Man oder Anti-He-Man einen Sieger ermitteln konnten. Und seither war er nicht mehr gesehen. Also Anti-He-Man. Ja, und hier steht sogar natürlich auch, dass hier die Illustration von Florian Bertmer ist und das Package-Design ist von Gabe G-Coin. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Auf der Seite steht nochmal das Gleiche wie auf dieser Seite hier. Wir können hier die Figur direkt aufmachen. Dann haben wir hier schon ein Foto von Anti-He-Man, die Figur fantastisch in Szene gesetzt, wieder auf diesem Höllenplaneten abgebildet. Also das ist schon richtig geil gemacht, muss man ganz klar sagen. Hier haben wir bekannte Illustrationen in Rot und Schwarz. Die Figur komplett eingepackt. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Hier in dem Sichtfenster erkennt man soweit erst einmal natürlich nichts. Deswegen holen wir die Figur jetzt auch mal raus. So, ein bisschen vorsichtig, damit hier die Box keinen Schaden nimmt. So, jetzt habe ich endlich final alles auspacken können und ihr seht mal wieder einen ganzen Haufen Zubehör. Und natürlich handelt es sich bei diesem He-Man hier um einen Repaint des anderen He-Man, der erst vor kurzem rausgekommen ist, den man dann auch in den Thunder Punch He-Man bzw. Battle Armor He-Man umbauen konnte. Naja, Battle Armor kann man mit diesem hier auch machen. Allerdings fehlt natürlich das komplette Zubehör für den Thunder Punch He-Man. Also das ist das Einzige, was hierbei fehlt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Der Boot Dagger samt der Halterung natürlich fehlt auch. Der ist auch nicht dabei. So, aber ansonsten ist eigentlich alles mit dabei. Die Axt, das Zauberschwert. Wir haben hier den Thunder Punch, wenn man den so nennen möchte. Den Energie Punch, der auf die Hand gesteckt wird. Die drei Wechselhände mit dabei. Beide Wechselköpfe sind dabei. Und so weiter und so fort. Ja, würde ich mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. So, das Zubehör nehmen wir gleich unter die Lupe. So, da ist er. Ja, fangen wir als erstes mal mit den Sachen an, die ganz normal so mitgeliefert wurden. Das hier ist der wohl wahrscheinlich aggressivste Kopf. Wir haben natürlich noch den anderen Kopf hier. Aber der sieht natürlich noch mal ein bisschen aggressiver aus. Und wir haben den Vintage angehauchten Kopf. Die Frage ist natürlich, ob dieser hier, der Vintage angehauchte Kopf, ob der Vintage tatsächlich hier auf dieser Figur besser aussieht als auf den anderen. Das allerdings werden wir dann gleich herausfinden. So, hier haben wir den Brustharnisch. Schön mit diesem hervorgehobenen Kreuz. Ihr seht die Fellhose, wie immer natürlich. An den Stiefeln hat er natürlich auch hier wieder das Realfell. Und hier die Stiefel. Die Figur ist natürlich weniger durch Farbe akzentuiert, weil er komplett schwarz ist. Hier das Ganze noch mal von hinten. Noch mal besonders hervorzuheben. Hier hinten den Brustharnisch. Dann hat er hier auf dieser Seite hier einen Bracelet, den auch der andere He-Man mit dabei hatte. Allerdings war der in Rot und mehr akzentuiert für den entsprechenden Thunderpunch-Look. Auf der anderen Seite hat er den normalen. Es gibt hierzu kein Gegenstück leider. Das heißt, ja, da muss man jetzt somit leben, dass das so ist. Oder man nimmt es ab. Das geht natürlich auch. Ja, soweit erst einmal dazu. Dann schauen wir uns mal das Zubehör an. Wir haben hier den Thunderpunch. Den Energiepunch. Schön in transparentem Rot. Sehr biegsam, sodass auch nichts kaputt brechen kann. Auf vielen Fotos wirkt dieses Rot natürlich unglaublich dunkel und vor allen Dingen aber trotzdem durchsichtig. Dann hier das Zauberschwert. Auch sehr schön transparent und durchsichtig. Also das ist schon wirklich toll gemacht. Richtig schön gearbeitet. Nur hier am Griff ist das Schwert schwarz. So, dann hier den Schild. Der glänzt mehr als wie der vom He-Man. Ist hier besprenkelt bemalt. Und innen drin hier die roten Parts sind matt. Dann auf der Innenseite seht ihr auch wieder dieses wirklich schön als Leder angelegtes Plastik. Dann hier die Halterungen. Die sind nicht ganz so flexibel, aber das geht. Ja. Hier schön die Nieten bemalt. Das hat was. Dann haben wir hier die Axt, die dabei liegt. Diese ist ebenfalls hier oben an der Klinge transparent. Auch hier schimmert das schön durch. Es hat nur hier nicht ganz so einen schönen Abschluss. Das fällt natürlich bei der normalen Axt vom He-Man nicht so auf. Hier fällt es ein bisschen mehr auf, dass das Ganze nicht so gerade ist. Aber gut, das ist schon in Ordnung. Hier geht das Ganze über in den Griff. Auch in schwarzen Lederstriemen hier bemalt. Und da sieht man, dass das Ganze in Rot gegossen ist. Am Ende hat man hier vom Griff ebenfalls nochmal Rot transparent. Dann haben wir hier die Battle-Armor-Rüstung. Diese ist genauso wie die andere vom He-Man natürlich. Hier mit Magneten zusammengehalten. Ich finde das immer noch eine starke Idee. Das ist top. Hier vorne haben wir noch einen weiteren Magneten für die beiden Austauschplatten, die wir mit dabei haben. Es ist die, die Schrammen simuliert. Das hält natürlich wunderbar. Einfach top. Aber es gibt natürlich auch die normale. Auch die hält wunderbar. Das Ganze auch von beiden Seiten. Also das hat man wirklich gut modelliert. Und das Ganze auch wunderschön transparent. Das natürlich seine volle Wirkung dann erst entfaltet, wenn man es der Figur quasi angezogen hat. So, dann bauen wir ihn mal um. Man kann hier hinten ganz leicht die Burte rausziehen. Man kann es auch über den Kopf drüber friemeln, wenn man möchte. Das geht auch ganz leicht. Zack. Und schon ist er weg. Es gibt leider keine Schwerthalterung. Also er hat keine Schwertscheide, wo man dann das Zauberschwert mit reinmachen kann. Hat er aber der He-Man auch nicht. Von daher kann man da eigentlich wenig sagen. So. Ah, da ist es. Jetzt die Battle Armor Rüstung. Zack. So. Und schon ist das Ganze gewechselt. Und das sieht brutal geil aus. Muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen. So. Nehmen wir einfach hier das Schrammen-Emblem. Ja, was fehlt noch? Genau. Wir brauchen die Wechselhände. Um das einmal gezeigt zu haben. Hier natürlich an beiden Händen anbringbar. Und hier, wie gesagt, der Bracelet, der kann auch entfernt werden. So. Zack. Dann wäre der weg. Dann könnt ihr das Ganze ohne aufstellen. Denn das mit dem Magneten ist natürlich eine tolle Sache. Aber das geht schon ein bisschen zu leicht. Aber okay. So. So. Um es mal gezeigt zu haben. Ja, so ein Energieeffekt. Der schlägt jetzt zu. Ja. Also. Das ist auch schon eine coole Idee. Ich habe es jetzt auch beim He-Man nicht angebracht. Aber wie gesagt. Ist in Ordnung. Die Wechselhände. Hier seht ihr, das andere Bracelet ist auch runtergefallen. Also die Armreifen gehen auch wunderbar ab. So. Okay. So. Da haben wir hier die rechte Auswechselhände. Ne, das ist der Finger. So. Zack. Und jetzt noch das Zauberschwert. Natürlich in die rechte Hand. Obwohl. He-Man ist ja eigentlich. Außer bei 2000X. ist er Rechtshänder. Bei 2000X ist er Linkshänder. Dann müsste eigentlich der Anti-He-Man ja Linkshänder sein. Weil er das Gegenstück ist. Naja. Gut. Egal. Ja. Das ist es. So schnell geht der Umbau der Figur. Das sieht schon top aus. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. So. Hier ist es. Da seht ihr, dass natürlich durch den schwarzen Körper dann die transparente Bettelarm-Rüstung noch viel besser rüberkommt. Teilweise sieht man dann den Körper auch noch dadurch. Natürlich ist dann durch diese Rüstung hier das Brustgelenk-Bauchgelenk total eingeschränkt. Das könnt ihr in dem Fall dann vergessen. Hier mit dem Zauberschwert. Das sieht schon top aus. Das sieht wirklich hammermäßig aus. Habt ihr euch Anti-He-Man jemals so vorgestellt? So. Ja. Den Rest kennen wir ja. Dann tauschen wir mal die Köpfe, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Den anderen lassen wir jetzt einfach mal weg und nehmen nur den Vintage-Kopf. So. Der geht auch gut drauf. Und ja, es geht. Bis auf, dass mir das einfach ein zu plattes Gesicht ist. Weil ihr müsst nur mal schauen. Hier. Das ist der Vintage-Head. Und das hier, einer der anderen Köpfe. Das geht natürlich viel weiter raus, das Gesicht. Das stört mich bei diesem hier ungemein. Es sieht aus wie eine Quetschfresse. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen finde ich diesen Kopf eigentlich brüllend hässlich. Naja, gut. Ähm. Ja. Also nein, sieht für mich nicht gut aus. Hier nochmal den anderen Kopf. Ich hab zwar gesagt, wir sparen uns den. Aber naja, warum nicht? Ihr seht, der aggressivste Kopf sieht bei dieser Figur natürlich am besten aus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Anti-Eternia-He-Man haltet. Ich bin restlos begeistert und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hab noch ein bisschen was vor. Nämlich ein bisschen hier mit rumposen. Hammergeiles Geburtstagsgeschenk. In diesem Sinne. Liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und bis dann. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, 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 Glocke aktivieren